Ilmiz ist meine Heimat. Hier habe ich meine Familie und Freunde, hier kann ich den Alltagsstress vergessen. Ilmiz ist auch der Ort, wo ich meine ersten politischen Fußabdrücke hinterlassen durfte. Das macht mich ganz besonders stolz. Mir ist es wichtig, immer am Boden zu bleiben und aktiv den Kontakt mit den Menschen zu suchen. Und mit Menschen zu tun zu haben, macht einfach Spaß. Ich bin überzeugt, nur gemeinsam etwas erreichen zu können. Mit dem nötigen Rückhalt ist alles möglich. Nun ist es Zeit, wirklich etwas für die Menschen in diesem Land zu bewegen. Ich bin bereit. Ich möchte die Stimme des Burgenlands im Parlament sein. Bringen wir den burgenländischen Erfolgsweg gemeinsam nach Wien. Daher bitte ich euch um eure Unterstützung am 29. September mit deiner Vorzugsstimme. Herzlichen Dank!